Arrow. Du kannst das überleben und es besser machen. Mach meine Fehler wieder gut. Oliver Queen ist noch am Leben. Der Milliardärssohn aus Starling City wurde vor fünf Tagen im nordchinesischen Meer von Fischern aufgefunden. Er hatte eine Kapuze auf. Eine grüne Kapuze. Und er hatte Pfeil und Bogen. Wir geben sofort eine Fahndung raus nach... Robin Hood. Hat Ihr Vater das Unglück überlebt? Hat er Ihnen irgendwas gesagt? Er hat mir gesagt, dass ich euch töten soll. Was gibt's da nicht? Es sieht fast so aus, als hätte Starling City einen Schutzengel. Es stehen noch viel mehr Namen auf der Liste. Von denen, die meine Heimatstadt in Angst und Schrecken versetzen. Jeder einzelne von ihnen wird sich noch wünschen, dass ich auf der Insel gestorben wäre. Arrow. Die komplette erste Staffel. Jetzt auf Blu-Ray, DVD und digital. Ich bin nicht dein Feind. Ich verspreche dir, ich werde sie dir irgendwann vom Kopf reißen und dich für lange Zeit ins Gefängnis bringen. Nach dem Desaster in England ist zu befürchten, dass Queen Consolidated ein Übernahmekandidat für Stilmer International ist. Unternehmen kommen und gehen. Ihr Unternehmen ist Geschichte. Mit Ihren großzügigen Spenden heute Abend werden wir diese Tragödie überwinden. Sie hätten sie erledigen können. Nein, hätte ich nicht. Mein bester Freund dachte, als er starb, dass ich ein Mörder bin. Wenn ich die Kapuze aufsetze, heißt es töten oder getötet werden. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ihre Mutter sitzt im Gefängnis. Thea ist ganz allein. Die Stadt ist auf Schutz angewiesen. Diese Stadt braucht einen Helden. Ich kann Ihnen helfen, die Stadt zu beschützen. Ein paar von uns wollen doch bloß helfen. Ich hab sie gesehen. Und ich sah sie. Mir wurde ein Kampf versprochen. Ich hoffe, du hast es noch drauf. Finde es raus! Ich will nie mehr der Kapuzenmann genannt werden. Wie sollen wir sie dann nennen? Arrow. Die komplette zweite Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und digital. Arrow. Die komplette dritte Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und digital. Vor fünf Monaten war diese Stadt im Belagerungszustand. Doch die Polizei hat mithilfe des kapuzen Mannes gesiegt. Wir konzentrieren unser Vorgehen einzig und allein auf Arrow. Wir bringen ihn um. Es gibt nur noch drei Gangsterbosse in Starlink City. Und dieser neue Typ, Werner, will sie alle ausschalten. Ich hab mich die letzten zwei Jahre dann im Kreuzzug verschrieben. Verdammt, Oliver! Ohne mich wärst du schon zehnmal draufgegangen! Der Timer steht auf fünf Minuten. Guck nicht so überrascht. So lange war ich nun auch nicht weg. Arrow. Die komplette dritte Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und digital. Für jemanden wie Oliver Queen ist die Welt zu klein zum Untertauchen. Arrow ist tot. Was ist eigentlich der Anlass? Du hast Besuch. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen Arrow. Vor ein paar Monaten hat er mir gesagt, alles, was ich von der Insel mitgebracht hätte, wäre Schmerz, Schwermut und Düsternis. Der verlorene Arrow fährt zurück. Weil ich dieser Art Mensch nicht mehr sein möchte. Vielleicht versuchst du ja auch einfach, eine andere Art Mensch zu werden. Ich will alles über Green Arrow wissen. Wo er wohnt, wen er liebt. Echt fantastisch. Der einzige Weg, den ich kenne, sich gegen diese Düsternis zu wehren, ist selbst Teil davon zu sein. Akzeptieren Sie sie. Das ist so cool! Danke. Arrow. Die komplette vierte Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und digital. Du hättest nie gebilligt, was ich getan habe. Du warst immer besser als ich, Laurel. Das habe ich am meisten an dir geliebt. Wieder mit dem Töten anzufangen, ist ein gewaltiger Schritt rückwärts. Wichtiger als Leben zu retten, wäre es moralisch unantastbar zu bleiben. Green Arrow! Nein, ich bin nicht Green Arrow. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir sind knapp am Personal... Nicht mehr allzu lange. John wird zurückkommen. Genauso wie Thea. Du musst was unternehmen. Besonders, wenn solche Typen die Stadt unsicher machen. Mach dir wegen dem keine Sorgen. Erst in kürze Geschichte. Tut mir leid, aber niemand darf mein Geheimnis erfahren. Arrow. Die komplette fünfte Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und digital. Er ist immer noch hier. Was denkst du, wo dieser Typ jetzt ist? Hab Geduld. Aber sei vorbereitet. Die Rolle des Mannes zu spielen, den die Menschen in dir sehen wollen. Ich übernehme hier. Und der Vater. Zu sein, den dein Sohn braucht. Slade! Wir sind bereit! Die Ehre gebührt allein dir. Diese Stadt beugt sich nicht dem Terrorismus. Black Siren hat Priorität. Ich will sie leben! Auch wenn wir jetzt viele Opfer zu betrauern haben, ist es doch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese Stadt im Moment so gut dasteht, wie schon lange nicht mehr. Viel Glück. Wir wandeln zwischen zwei Welten. Doch das gelingt uns nur eine begrenzte Zeit.